Wann wird die Rentenanpassung 2023 endlich bekannt gegeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 15.03.2023 eine E-Mail bekommen von einem Kunden, der uns folgendes mitgeteilt hat. Er habe gelesen im Internet, dass am 8. März eigentlich schon die Rentenerhöhung bekannt gegeben worden ist. Er hat da wohl irgendwas im Internet gelesen und fragt sich jetzt, wann denn nun der Bundesminister für Arbeiten sozial ist oder wer auch immer die entsprechende Verordnung bekannt gibt. Meine Damen und Herren, ich habe heute nochmal nachgeguckt, also seien Sie mir alle bitte nicht böse. Bis heute 15.03.2023 ist noch nichts bekannt gegeben. Wir können mir bitte glauben, wenn die Rentenwerterhöhung bekannt gegeben wäre, dann hätten wir auch von Rentenbescheid24.de zumindest schon mal darüber berichtet und auch auf unserer Internetseite eine entsprechende Veröffentlichung gemacht. Alles, was wir bisher wissen, ist, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass in Österreich es 5,8% mehr Rente ab dem 01.01.2023 gegeben hat für die dortigen Pensionäre. Hier in Deutschland ist noch alles offen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass ab dem 18.20. bis Ende März eines jeden Jahres die Rentenwerterhöhungen durch den entsprechend zuständigen Bundesminister oder Bundesministerin für Arbeit und Soziales bekannt gegeben worden sind. Also, meine Damen und Herren, die Fieberkurve steigt ganz langsam. Es wird in den nächsten Tagen so weit sein, dass wir wissen, wann die Rentenanpassung bekannt gegeben wird und vor allen Dingen, was viel, viel wichtiger ist, wie hoch dann auch tatsächlich die neuen Rentenwerte, die ab dem 01.07.2023 gelten werden, aussehen werden. Lassen wir uns doch einfach in gespannter Erwartung überraschen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.